Um die Corona-Ausbreitung unter Kontrolle zu bringen, soll die Basis-Reproduktionszahl R0 unter 1 gedrückt werden. So entnimmt man es den Medien der Zeit. Aber was versteht man unter der Basis-Reproduktionszahl und warum ist ein Wert unter 1 so wichtig? Beginnen wir zunächst mit einem einfachen Modell. Wir sehen 15 gelbe Punkte. Zufällig treten je zwei davon zu zufälligen Zeiten in Kontakt. Die stellen wir durch einen schwarzen Strich zwischen diesen dar. In unserer Animation haben wir einen Punkt X markiert, für den wir in einem Graphen einzeichnen, wie viele Kontakte er bis zu einer gewissen Zeit gehabt hat. Es ist zu erkennen, dass es im Schnitt jede halbe Sekunde zu einem Kontakt mit X kommt. Diese Zeitspanne nennen wir T-Kontakt. In einem nächsten Schritt erhöhen wir die Anzahl der Punkte drastisch. Wir sehen jetzt 500 Punkte, von denen anfangs einer rot ist. Wir starten erneut unsere Kontaktaufnahme. Wann immer ein roter Punkt mit einem gelben in Verbindung tritt, wird die rote Farbe übertragen. Eine Übertragung der Farbe Rot markieren wir durch einen roten statt eines schwarzen Kontaktstrichs. Rechts tragen wir die Anzahl der roten Punkte zu jeder Zeit auf. Oben ganz normal und unten in der logarithmischen Darstellung, die wir im letzten Video erklärt haben. Hier beträgt die Zeit zwischen zwei Kontakten im Mittel 4 Sekunden. Da das Kontaktverhalten aller Punkte gleich ist, entspricht dies der mittleren Zeit zwischen zwei potenziellen Farbübertragungen durch einen Punkt. Wir nennen unseren Parameter daher ab sofort T-Übertragung. Wir sehen, dass die Zahl der Punkte zunehmend schneller ansteigt. In der logarithmischen Darstellung sieht man über eine lange Zeit eine Gerade. Also exponentielles Wachstum. Dann aber flacht die Kurve offensichtlich ab, was daran liegt, dass Kontaktaufnahmen zwischen gelben und roten Punkten seltener werden, da weniger gelbe Punkte übrig sind. Exponentielles Wachstum ist also keine Besonderheit des Coronavirus, sondern eine Konsequenz einer Übertragung durch Kontakte. Um unser Modell zu einem einfachen Modell für die Ausbreitung von Viruserkrankungen zu erweitern, nehmen wir nun an, dass ein roter Punkt nur für eine gewisse Zeit rot bleibt. In unserem Beispiel lassen wir nach einer festen Zeit T-Rot, die wir auf drei Sekunden festlegen, Rotpunkte grün werden. Grüne Punkte behalten ihre Farbe bei Kontakten mit gelben oder roten Punkten und geben ihre Farbe auch nicht weiter. T-Rot ist ein zweiter Parameter unseres Modells. Der andere alte Parameter T-Übertragung ist in diesem Beispiel eine Sekunde. Der Parameter T-Übertragung ist also in diesem Beispiel deutlich kleiner als T-Rot. Recht sehen wir den prozentualen Anteil von roten und grünen Punkten. Wie man sieht für diese Wahl der Parameter dazu, dass der Anteil der grünen Punkte anwächst und im Lauf der Zeit ein Großteil der Punkte grün wird. Wir sehen auch hier, dass anfangs die rote Kurve exponentielles Wachstum zeigt, bevor etwa nach 15 Sekunden eine Dämpfung eintritt und sie letztendlich auf Null fällt. Der Grund für die Dämpfung ist folgender. Der Anteil der gelben Punkte wird kleiner. Viele Übertragungsversuche der roten Punkte laufen ins Leere, da sie auf andere rote oder vor allem grüne Punkte stoßen. Für diese Parameterwahl, bei der T-Übertragung deutlich kleiner als T-Rot ist, wird im Laufe der Zeit ein Großteil der Punkte für drei Sekunden rot und später grün. Entscheidend für die Form der Kurven ist der Quotient R0 aus den beiden Zeiten T-Rot und T-Übertragung. Dieser wird Basis-Reproduktionszahl genannt. Warum wird aber immer wieder gefordert, diesen auf einen Wert unter 1 zu drücken? Schauen wir uns dazu unser letztes Beispiel mit einer anderen Wahl von Parametern erneut an. Wir halten an der Wahl für T-Rot gleich drei Sekunden fest und wählen T-Übertragung so, dass im oberen Beispiel R0 gleich 1,2 ist und im unteren Beispiel R0 0,9. Wir wählen für den oberen Fall die sehr hohe Anzahl von 10.000 Punkten, von denen anfangs nur 10 rot und keiner grün ist. Die Anzahl der roten Punkte tragen wir dann in der logarithmischen Darstellung ein. Über einen Zeitraum von 30 Sekunden sehen wir eine verrauschte Gerade und somit exponentielles Wachstum, wenn auch mit großer Verdopplungszeit. Im unteren Beispiel statten wir mit nur 4.000 Punkten, von denen anfangs sogar 100 rot und wiederum keiner grün ist. Obwohl es auch hier zu 300 Übertragungen kommt, wie am Endstand der grünen Kurve abgelesen werden kann, stürzt die Zahl der roten Punkte sofort ab und fällt auf Null. Wir sehen also, dass das Verhalten ein grundsätzlich anderes ist. Eine Basisreproduktionszahl größer als 1 führt zu einem exponentiellen Wachstum der roten Punkte. Eine Basisreproduktionszahl kleiner als 1 führt zu deren raschen Aussterben. Dieser von Mathematikern Phasenübergang genannte fundamentale Unterschied ist der Grund, warum gefordert wird, durch geeignete Maßnahmen die Basisreproduktionszahl unter 1 zu drücken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017